Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Day Z. Ja, heute bin ich nicht alleine. Der General von Knotencode ist auch dabei. Morgen. Morgen. Und ihr seht schon, ich habe einen neuen Charakter. Ja, leider. Ich bin nicht gestorben, nein. Und zwar wurde die Version, also die 0.60 ist heute offiziell rausgekommen. Ist nicht mehr Experimental. Wir können jetzt offiziell die 0.60 spielen. Das heißt, wir haben viele, viele Server, auf die wir auch tatsächlich raufkommen. Ja, und jetzt wollen wir hier ein bisschen looten, uns ein bisschen umgucken. Feste Ziele haben wir noch nicht. Nur, dass wir uns irgendwann jetzt finden. Ich denke mal, in den nächsten zwei, drei Folgen wird das passieren. Hoffe ich einfach mal. Und ansonsten gucken wir uns einfach mal ein bisschen um. Ganz gechillt, ohne Stress. Ich glaube, auf den Knotencode wird auch schon geschossen. Ja, wie immer. Das kennen wir ja, das Problem, ne? Und er hat auch schon rausgefunden, dass jetzt viele Sachen sind, also viele Nahrungsmittel sind in den Klamotten versteckt. Wie sieht man das? Achso, in der A. Alles klar. Und neben den Sachen steht und hab dann... Guck mal, ich habe hier schon so einen Totschläger, glaube ich, wieder gefunden. Sieht aus wie ein Dildo, aber... Telescopic Baton. Genau, damit kann ich Leute verprügeln. Das mache ich gerne. Kann ich mich auf den Rücken packen? Sieht aus wie ein Laserschwert, so ein bisschen, ne? Jetzt muss ich mal... Oh Gott, ich finde die Knöpfe schon ja nicht. Oh, wie großer Rucksack. Fein ist er. Kann ich den jetzt öffnen? Open. Ah, ich habe ihn ausgefahren. Das erinnert mich so ein bisschen an... Naja, du weißt schon. Jetzt habe ich ihn ausgefahren am Rücken kleben. Sieht ein bisschen komisch aus. Ist aber nicht weiter schlimm. So, irgendwas wollte ich noch sagen. Ich habe es vergessen. Nein, genau. Wir haben diese... Wie sagt man? Wie man sich fühlt, diese Anzeigen hier. Die haben wir... Die sind weg. Also wir sind hungrig und durstig und wir sind fit und sowas. Ist weg. War in der Experimental noch da? Ist jetzt weg. Spiel wird offiziell weg. Okay. War wohl zu performance-lastig. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Gut, wir hoffen, dass sie es nachpatchen, obwohl es in der Experimental da war. Ich weiß nicht, warum es weg ist. Vielleicht habt ihr da irgendwelche Infos zu? Dann mal ab in die Kommentare. Und nicht wundern, dass ich diesmal nicht krank aussehe. Sondern ein bisschen verpennt aussehe. Ich bin tatsächlich vorhin auf der Couch eingeschlafen, Leute. Jetzt wirst du lachen, ne? Oh, hier passiert so was auch mal. Ja. Ich habe tief und fest geschlafen. Also es war Wahnsinn. Zack. Und dann fühlt man sich ja so beschissen, wenn man wieder aufsteht. Ja. Was ist los? Oh mein Gott. So, hier ist an der Küste ist absolut gar nichts. Nichts. Nada. Ich habe nicht mal einen Spieler, mit dem ich hier Spaß haben kann mit meinem Teleskopstab. Ich glaube, mehr Spieler gibt es hier noch. Ja, ja. Die Server sind natürlich alle rappelvoll. Das ist klar. Ich weiß noch nicht so ganz. Ich habe eine Vermutung, wo ich bin. Aber... Also erstmal, ich bin ganz, ganz, ganz weit weg von dir, glaube ich. Du bist ja in Tscherno, ne? Ja, ich bin jetzt gerade aus Tscherno raus. Ich laufe jetzt weiter Richtung Westen. Achso, okay. Gleich ins Militärlager. Ich glaube, das ist heute eine dumme Idee. Ach, warte. Wir sind mutig. Kein Problem. Hier ist eine Tankstelle. Gut, dann müsst ihr doch eigentlich gleich wissen, wo ich bin. Also nach so vielen Stunden, wie ich der Sie schon gespielt habe, müsste ich... Müsste ich eigentlich wissen, wo ich bin. Aber mit dem Orientierungssinn einer komatösen Krähe ist das schön. Wird das nix, ne? Ich brauche nur ein Schild. Ich brauche nur ein Schild. Theoretisch weiß ich auch eigentlich immer, wo ich bin. Aber jetzt gerade... Ich habe eine Vermutung. Vermutung. Jetzt habe ich gerade schon wieder eine Jacke gefunden mit Munition drin. Die werde ich jetzt nicht äußern. Ich habe hier wieder so eine Bridge. Da müsste ich eigentlich... Ich laufe erst mal mutig in die Richtung weiter. Jetzt klatschen sie sich alle mit der Hand ins Gesicht. Nein, du musst in die andere Richtung. Oh, guck mal, hier ist Wasser sogar. War das jetzt trinkbar? Nichts trinken. Ach, nee, ist Salzwasser. Ach, stimmt. Warte mal, ich bin, glaube ich, gar nicht so weit weg. Hier habe ich doch was. CO und BIN am Ende. Das ist Solnitschny, ne? Da war ich doch vorhin schon, ne? Wir haben schon mal getestet vorhin. Ja, das ist Solnitschny. Solnitschny. Also muss ich rennen, äh, Wasser zu linken. Ja. Gut, dann renne ich jetzt einfach diesen Weg. Ist egal. Ach so, einen weiten Weg vor dir. Ja, ich, ich, ich komme. Ich komme immer. Er springt. Sehr gut. Dann können wir hier ein bisschen looten, uns ein bisschen unterhalten hier. Die geile Performance genießen, die absolut immer noch geil ist. Also wie gesagt, ihr seht das Spiel hier bei mir auf Ultra. Alles hoch, was geht. Und ich bin immer noch bei um die 80 FPS mit Aufnahmen. Also das hat sich nicht verschlechtert. Wahnsinn. Ich bin immer noch begeistert, wie geil das Spiel aussieht und wie flüssig das läuft. Ja, obwohl mich ein bisschen dieser Nebel stört. Ja, aber wir haben ja, wir haben ja auch in Experimental, haben wir ja auch schon Maps gehabt ohne Nebel, ne? Also das gibt es tatsächlich auch. Aber nur ist natürlich doof, dass diese Sachen groß sind wie Hunger und so. Also ich, ich verstehe es nicht. Ganz ehrlich. Ey, ich habe noch nichts getrunken, seit ich spiele und der hat noch nicht einmal gemeckert oder irgendwas. Ja, vielleicht sind die Meldungen gänzlich deaktiviert und du wirst einfach grauen, kippst irgendwann um. Aber wir warten mal auf den First Day Patch, ne? Doch, geht's mir gut. Der kommt ja nachher dann auch bestimmt raus. Ups, wir haben was vergessen. Balota. Balota Airfield? Ja. Das Bearfield, dann bist du gleich tot wahrscheinlich. Soll ich's wagen oder nicht? Ach, geh rauf da, ist egal. Wenn tot, dann tot, ne? Wenn tot, dann tot, genau. Guck mal, ich habe eine Mütze gefunden. Schön! Zack, kannst du auch direkt aufs Gesicht ziehen. Geil. Also wie gesagt, man findet jetzt ganz viele Sachen in den Sachen. Ja. Ne, der gute Knotenkohler hat eben auch schon Munition gefunden. Wahrscheinlich nicht die richtige oder hast du überhaupt schon eine Waffe? Ich habe ein Ding, eine Mackerhoff, aber keine Munition dafür. Ach, geh. Also ich, ich mach's immer wieder an der Küste zu looten, aber das ist eher sinnfrei. Ach, ich finde das so mega schön. Sieht so schön aus. Und nichts ploppt mehr auf, das ist... Ach. Das heißt, wir werden, wir werden DayZ auch mal wieder streamen können. Ich hoffe, das funktioniert dann soweit. Weil's ja jetzt offiziell ist. Sollte das wieder mit OBS vernünftig funktionieren. Wir werden sehen. Also ich hab hier noch keinen Spieler gesehen. Komm ich schon gleich her, ne? Da sind alle bei mir wahrscheinlich. Wahrscheinlich krieg ich gleich eine Kugel im Kopf. Ja, ich renne jetzt hier ein bisschen wirr durch die Gegend. Ich klappe ja die Häuser nicht jetzt alle einzeln ab. Weil es ist... Eigentlich ist es sinnlos, weil hier... Nichts mehr in den Häusern liegt großartig. Von daher ist es wirklich alles leer. Hast du schon gut Loot gefunden? Ja, ich hab einen großen Rucksack gefunden und einen Baseballknüppel. Aber hier ist irgendwo ein Huhn. Ja, ich hab auch schon einen Hahn gesehen vor. Jaja, ich werd jetzt mal versuchen, so ein Ding zu erknüppeln hier. Ich hör ihn aber. Wo ist er? Da ist er! Ich seh ihn! Das ist ein Zombi Hahn wahrscheinlich. Gleich hab ich ihn. Da müssen wir auch nochmal rüber, ne? das war nicht ganz cool ich meine es gerade hier im knastchen von hinten bei lotha stimmt doch auch gucken wieso kann ich die kann die nicht schlagen das vieh wahrscheinlich nicht geändert zu haben ja also ja mit dem zielen man muss so ein bisschen unter das fadenkreuz aber ich habe ihn tot gemacht leiche verstecken natürlich niemand soll ihn finden meinen hahn das ist mein hahn mein hahn ist das wie macht der hahn wie macht der hahn wie macht der hahn ich werde jetzt jedem fragen wie der hahn macht sprich zu meinem hahn was ist das hier ist immer diese komische mine hier wo soll auch gar keine ahnung tzatziki keine ahnung was da draufstehen hahn möchtest du mit meinem hahn spielen wo würde ich heute besucht haben in der stadt das war schön ich habe den knurk auf arbeit besucht ja wie ein honig wie ein honigkuchen pferd hat er gegrinst ja dann kam gleich die die musik hier von den simpsons hier dieses dieser wo wo man marsch zum ersten mal sieht und ich habe mein langes haar so um die schulter geworfen und ich habe seine verliebten augen gesehen ich habe seine blicke auf meinem hahn gespürt ich habe noch nichts gegessen mir geht es gut man kann nicht mehr sterben in diesem spiel leute wir können nicht verhungern ist das geil man kann nicht mehr sterben headshot ja wahrscheinlich können wir nur noch durch durch auf ihr den hier den totschläger schon hält ja damit hast du einen hahn erlegt ich finde es schade ich habe mich sehr darauf gefreut dass endlich die anzeige wieder da ist das in der experimental war es ja da und hier ist es schwer dass wir das weggelassen haben ja es hat wahrscheinlich zu irreparablen schäden geführt in diesem spiel ich weiß nicht die experimental auch so gut genau nein das widerspricht sich vielleicht wird es noch nachgereicht in den nächsten ja es gibt ja meistens person day one patch und dann ich denke mal bis zum wochenende kommen da noch ganz viele patches aber wir können es wenigstens spielen und wir kommen definitiv um den server ich muss ja nicht essen und trinken es ist es ist wahrscheinlich jetzt kompletten deathmatch nur noch nur noch rum und survival faktor brauchen wir nicht oder die die schrift die die anzeige verursacht einen paradoxon was die welt in sich selbst auflöst und die hühner an die macht kommen ich höre sie schon wieder hier da ist noch ein hahn ich mache die tot ist meine angry chicken hier sagt mit einem schlag erlegt und die leiche verstecken ist jetzt meine aufgabe die hühner zu töten in diesem spiel hallo ich habe einen hahn getötet ich verstehe ich habe einen hahn getötet ich verstehe nicht oh Gott das sind mehrere hilf mir sie sehen ein bisschen verwirrt aus glaube ich Hast du Kontakt? Ja, das ist zwei Spiele. Einer mit der Axt, der sah aus wie Nigen und ein anderer. Die haben versucht, mich voll zu quatschen. Ich meine, ich bin hier ein Typ, der mit einem Schlagstock rumrennt und Hühner tötet. Okay, dich kann man nicht ernst nehmen. Ja, die sahen auch ganz freundlich aus eigentlich. Aber ich wollte nicht mehr Zeit mit ihnen verbringen. Ich weiß nicht. Der mit der Axt sah schon sehr bedrohlich aus. Ich sitze mal kurz irgendwo in den Wald. Das lieb man nicht. Ich überlege erst mal, wo ich langlaufe. Ich laufe immer noch auf den Schienen. Wasser zu meiner Linken. Mietige Knöpel in der Hand. Ich bin, ich bin, ja, es dauert noch ein bisschen, bis ich da bin, glaube ich. Aber wir haben ja Zeit hier. Wir haben ja Zeit. Ich kann euch so ein bisschen die Landschaft zeigen. Ist das nicht toll? Das nebel ich heute. Aber wir haben ein schönes Wetter. Du bist eine bestimmte Stunde von mir entfernt hier. Stunde? Ach, Quatsch. Du hast gesagt, zehn Minuten. Quatsch drauf. Ja, da war ich auch noch in Elektro. Ich bin doppelt so weit entfernt. Ach so. Naja, dann gehe ich halt nach Elektro und loote Elektro. Ist das nicht die Vögel zwitschern immer noch? Ich finde, toll. Einfach toll. Ich glaube, hier ist die Seilbahn irgendwo. Ja, da vorne ist die Seilbahn, glaube ich. Die sind bestimmt noch irgendwo grüner. Ja, hier geht's hoch. Ne, ist die raus? Haben sie die rausgenommen, diese? Oder ist die da vorne? Wof, die Tür! Wieso geht er nicht auf? Muss ich hier... Alter. Ne, die war auf der anderen Seite, ne? Da müsste sie eigentlich sein. Ich will, die haben sie rausgenommen. Dann dreht ich durch. Wolltest du Seilbahn fahren? Oh, er hat meinen Knüppel, hat er. Eingefahren. Ich wollte jetzt mit der Seilbahn fahren, ja. Ich wollte dann zu dir kommen. Ist mein Schwester ein Outfit hier? Oh, dann bin ich ja glücklich. Dann bin ich der glücklichste Mann der Welt. Es ist kaputt. Aber ich habe ein Nähkit vorhin gehabt. Verdammt! Wurde nicht mitgenommen. So, Hose brauchen wir nicht. Ziehen wir aus. Das ist die richtige Einstellung. So, jetzt bin ich wieder Schwester Martin. Ein bisschen kaputt, aber... Und ich habe meinen Untersuchungsstab in der Hand. Damit mache ich sämtliche Untersuchungen und Operationen. Ja, den Stab kann man für alles gebrauchen, ne? Ja. Ganz wichtig. Schwester Martin wieder im Einsatz. Dö, 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 dö. Dö, dö. Ich kann mit der Stock lindern dein Leid. Ich würde mich von denen nicht untersuchen lassen. Rektal. Ich kann den ausfahren. Ich kann den ansetzen und dann drücke ich auf den Knopf und dann fährt er hoch. Oh, hier ist die Seilbahn. Schön. Ich habe sie gefunden. Wie ist sie? Oh, ich habe ein Messer gefunden. Hey, ist das nebelfrei? Ich habe ein Messer gefunden, was ich nicht mitnehmen kann. Nehme ich jetzt das Messer oder diesen Schlagstoff? Was nehme ich jetzt, Leute? Ich nehme den Schlagstoff. Den finde ich schlimmer als ein Messer. Ja, Hauen ist besser. Immer rauf. Ne, der Nebel ist nicht. Bei mir ist noch Nebel hinten leicht. Oder ist der Nebel nur an der Küste? Das kann auch sein. Das ist die Küste. Macht ja auch Sinn, ne? Ich bin jetzt weiter ins Land reingelaufen. Aber es ist so schön ohne Nebel. Ist das echt schön? Ja. Aber ich, ich... Ja, bei mir habt ihr nur Nebel. Renne ich jetzt auch einfach mal ins... Schade, dass die Seilbahn nicht mehr funktioniert. Ich möchte auch mal gerne hochlaufen. Aber wir werden uns nie im Leben finden, wenn wir jetzt... Ach, ist eigentlich auch egal, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß ja, wo ich bin. Du bist immer noch Tscherno bei den Hochhauseinhaus. Nee, Paluta. Ach, Paluta bist du. Ja, ist ja da. Das ist ja in der Nähe. Ich versuche mal so ein bisschen... ...ein Biscan abzukürzen. Das wird fatal falsch werden, aber... Aber ich habe hier auch noch Nebel im Wald oben. Nee, im Wald lichtet sich das. Wenn ich jetzt hinten zum Wald gucke, ist kein Nebel mehr. Nur die Küste hat Nebel. Das ist ja geil. Ja, wenn ich jetzt zur Küste runtergucke, sehe ich auch Nebel. Was sehe ich denn da hinten? Ist das die Gefängnisinsel? Das kann sein. Ah, ich müsste gleich eigentlich Elektro kommen. Vielleicht renn mal noch ein bisschen Küste, ne? Ein bisschen Nebel ist echt super. Na gut, aber an der Küste finde ich den Nebel eigentlich nicht schlecht gemacht. Ja, aber so wie jetzt, dass er nicht permanent ist. Es trägt ja zur Atmosphäre bei, ne? Das muss man ja so sagen. Schön, dass man nicht verdurstet und nicht verhungert. Das ist eigentlich geil. Ja, ne? Ja, es ist... Es haben sie jetzt angepasst an die Leute. So. Es war zu kompliziert. Essen und trinken, oh mein Gott. Das war zu schwierig wahrscheinlich. Hat die Server ausfallen lassen. So, ich würde sagen, wir machen jetzt an der Stelle einen kurzen Cut. Aber ich glaube... Alter. Aber ich gehe noch mal kurz in das Haus hier rein. Ich gebe euch jetzt quasi noch mal Bonus. Da vorne ist dieser eklige Bus schon wieder. Den habe ich schon tausendmal gesehen mit den ganzen Leichen drin. Ach, da bist du. Ja, ich gebe euch jetzt mal kurz ein bisschen Bonus. Wir gucken uns dieses schöne Haus hier an. Mit unserem Suchstab. Hallo? Ist kein Hahn. Gut, dann machen wir einfach so weiter. Laufen hier ein bisschen schwachsinnig durch die Gegend. Gucken uns das ein bisschen an und hoffen, dass wir den Knotenkot finden. Eines Tages werden wir das finden. Bis dahin, das war ja mal den Unterknoten gut. Tschüss.